Mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoprof zuerst am Lisee und in diesem Video heute ist eine kleine allgemeine Erfahrung an die wunderschöne Welt von der Logik, für ein bisschen mehr präzise zu sehen, in diesem Fall Prüven. Das werden wir in diesem Video machen, und wir schauen uns an, was sie prüven, wie funktionieren sie, und da gehen wir an einen nächsten Schritt, und wir schauen uns an, wie die verschiedenen Sorten für Prüven funktionieren. Also in diesem Video bleibt mir theoretisch, das gilt eine allgemeine Erfahrung an Prüven, an den Regeln der Prüven. Die einzelnen Exerzissen fahren wir dann an den entsprechenden Video. Wir schauen uns an, was ist eine Prüfung, und wie ist das hier? Wir sehen uns schon eine Prüfung, also ein Beweis. Wir beweisen, wie wird ein Resonement valide aus dem Tisch, wenn der Logikskur ein bisschen abgepasst wird. Der Gesitz, der Kur, geht ja normalerweise logisch über Transkriptionen. Wir holen Resonement aus, wie ich nenne Spruch, zum Beispiel Lützebäuch oder Französisch, und wir verwandeln den als Symbolspruch. Und dann gehen wir gucken, ob die Methode selber ist, das Resonement stimmt oder nicht. Aber wenn es stimmt, dann können wir beweisen, dass es nicht ist, aber wir werden das. Und dafür ganz wichtig, wenn ihr ein Exerziss hier macht, da kriegt ihr ja eine Angabe, und ihr könnt, weil ihr könnt nicht davon haben, es kann nicht auch nicht sehen, die Angabe, dass immer die von einem Exerziss, die stimmt, die valid ist. Das heißt, alle einzelnen Prämisse, die da steht, stimmt an der Konklusion, stimmt auch. Das ist etwas, das ist das Gehen, du musst ja nicht nach lange überlegen, wie ist das, wie ist das nicht, das ist einfach Gehen. Wenn da steht P implique Q, dann ist das so. Dann ist das eine logische Notwendigkeit, wenn der P kommt, das dann der Q kommt. Wenn man das nicht weiß, und da kommt man ja vom Grunde Dreschen, dafür haben wir ja im Vierfeld dann eben schon die Validität gecheckt, und wir wollen immer beweisen, wie wird das Resonement valid. Wenn da wollt, die hat an ihrem Buch, an ihrem Deckel vier, ein ganz leicht, mit lieber logischen Regeln der Deduksion, die sind dem Zeichen, dem Operateur noch getrennt, die hat auch an dem Handout, den ich heuer in der Beschreibung dabei gesagt habe, wie die Offizielle Fische, die da normalerweise bei einer Prüfung ausgedeilt kriegt, respektive die da am Examen auch mit ausgedeilt kriegt, die hat auch dabei. Und da sind Dreschen nicht dem Operateur noch klassiert, aber da sind Dreschen am Anfang regroupiert. Da muss man gucken, was vielleicht mehr einfach ist, aber man lernt am besten mit einer Fische, wie der das im Buch oder die, die da in der Prüfung benutzen wird. Wenn man die Fische leuchtet, dann dreht die Kolon, da steht «Loi Logik», und links die Kolon, da steht «Regle der Deduksion», das sind froh, was als was. Wir fangen mal um mit der «Loi Logik», ein «Loi Logik», beide nun sehtet schon, das ist ein Gesetz von der Logik, das ist ein Gesetz, das man erlaubt, ein Zeil zu holen, eine Proposition zu holen, um die eh nicht unterschreiben. Das heißt, ich ändere den Inhalt nicht, ich ändere den Anfang, von der Form. Zum Beispiel, wie man sagt, es dreht. Wenn es dreht, wenn es stimmt, dass es dreht, dann ist ja klar, dass es falsch ist, dass es nicht dreht. Das ist ein Gesetz von der Negation. Das ist genau dasselbe, wie ich das für mich umständlich formuliert. Und das Gesetz von der Negation, zum Beispiel, das benutzt man ja im Form, auch quasi, das für Deduble Negation, um das ein bisschen unterschreiben. Das heißt, bei der «Loi Logik», das heißt, wenn man etwas beweist, dann muss man die Form von der Sache anders, für das besser passt. Das ist ein bisschen wie bei Tetris, von der «Blocken», da rufgefolge, muss man die Sache passend machen. Dafür wird es wichtig, also ganz wichtig, dass man wissen, das muss an einem Hammerkapp immer sein, alle Operatoren können ihn einfach so an alle anderen Operatoren verwandeln. Dasselbe, die hat verschiedene Regeln, die es da lebt, wenn ein Zeug zum Beispiel hat, wenn eine Negation drauf ist, die die ganze Zeug blockiert, du könnt dann nicht alle regeln, die Deduksion aufwenden, dafür gibt es dann eben die Logik, die es da lebt, die Negationen erwächt zu zaubern. Das heißt, wenn man guckt, die könnte alle Sache an andere sich verwandeln, und wenn man da dem Hammerkapp hält, dann wisst du am Fonds, egal wo wir auch fortgehen, es geht immer nicht für ihr wie. Es muss ein Weg gehen, das sowieso gehen, wenn wir wissen, dass der Resonement valid ist, wir müssen also beweisen, dass es valid ist, also muss der Weg gehen. Du fiel, eine Konjonktion, die kann ich ohne weiteres verwandeln an eine Disjonktion oder an eine Implikation. Eine Disjonktion kann ich ohne weiteres verwandeln an eine Konjonktion oder an eine Implikation. Eine Implikation kann ich ohne weiteres verwandeln an eine Konjonktion oder eine Disjonktion an den letzten Operateur, der man bleibt, die Equivalenz. Bei der Equivalenz, die ist zusammen gesagt aus Implikationen Komplikationen an Konjunktionen oder auch Disjunktionen an Konjunktionen. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Operateur habe, durchaus quasi alle anderen Operatoren zaubern. Das ist wie gesagt. Das ist wie Tetris. Ich muss es wissen, wie es geht und dafür muss ich mein Gesetz erkennen und dann kann ich es machen. Wenn der Laufige so in einem Handout guckt, da hat er verschiedene Beispiele. Das erste Beispiel, da steht dann A und B. Ich lege mir, wie ich hier die Welt durchaus eine Disjunktion machen. Da geht das ganz einfach Gesetz und ich meine, das ist ziemlich das ähnlich, was den direkten Switch da erlebt. Wenn da eine Konjunktion hat und ich will eine Disjunktion, also von E auf U überspringen, nur das Gesetz vom Demorgan. Das stellen wir fest, C wird geändert und kommen drei Negationen. Darüber, ich habe A, ich habe B, ich habe das ganz, das ist so ein Nebeneffekt, dass ich vielleicht gerade da, wenn es von dem Gesetz aufhören, weil das Negation hat oder weil das wird losgehen. An dem Moment hat er C geändert. Wenn da A und B hat an die Welt eine Implikation, dann hat er das Gesetz von der Implikation nie, zack, Konjunktion geht zur Implikation. Da könnte ein Negation auf den händischen Term anhängen, auf den ganzen Term. Aber okay, vielleicht ist auch genau das, was er wollte. Aber du denkst, wenn dann die eine Richtung geht, geht auch in die andere Richtung. Und wenn dir Non A und Non B und das ganze Negat, wie der Teil beim echten Beispiel an einem Dossier steht, könnt ihr selbstverständlich auch zurück switchen. Wenn du nur das zweite Beispiel guckst, du hast A oder B, mit dem Gesetz vom Demorgan, selbst Prozedur, wie ich gerade erklärt habe. Du könnt auch Non A und Non B, das ganze Negat, kriegen der Test, Disjunktion kann zur Konjunktion gehen. Wenn du aber eine Implikation willst, die Disjunktion ohne Probleme kann zur Implikation gehen, einfach durch das Gesetz von der Implikation. Wenn eine Implikation hat, das ist der Beispiel Nummer 3, weil wenn eine Implikation hat, und du brauchst eine Konjunktion, dann wird das Gesetz von der Implikation nie. Was geschieht? Zähne geht gar nicht. Negation auf die Ganz-Proposition, Negation auf den händischen Termen. Und dann wird Pimplikü gut, dem Moment, P, E, Non Q, das ganze Negat. Oder Pimplikü, das ist der Beispiel nicht P oder Q, das ist der Gesetz von der Implikation. Wenn eine Leute mit Beispielen folgen. A, E, B. Könnt ihr verstehen? A aus Tränen und B, ich bleibe daheim. Für immer bei den selten Sachen. A, E, B. Als das selbst ist wie, also, ein Tränen und ich bleibe daheim. Als das selbst ist wie, also, ein Tränen und ich bleibe daheim. Als das selbst ist wie, es ist falsch, dass es entweder nicht Tränen oder ich nicht daheimbleibe. Wenn ich das so formulieren. Das ist schon ganz kompliziert. Oder wenn ich A, E, B holen und ich machen durch seine Implikation. Ein Tränen und ich bleibe daheim. Als das selbst ist wie, es ist falsch, dass von ein Tränen, dass ich dann nicht daheimbleibe. Und ich sehe von dem Spruch hier, also relativ tricky. Für das Nutzvollziehen, das ist machbar. Ich gebe euch schon ein Befehl, nicht dahin zu sitzen und das zu machen. Aber ich probiere jetzt, irgendwie davon anwescht zu kommen. Das ist okay, hier am Anfang zu verstehen, wie das funktioniert. Aber ich probiere davon anwescht zu kommen. Das höhne dich hier nur an den Überlegungen. Wenn du immer musst gucken, ob hier ein Beispiel zu viel, das Nutzvollziehen ist, das ist gut am Anfang für die Logik zu verstehen. Hier nur, also, es geht ja auch an den Schlagern. Wenn er das macht, dann ist es nicht intuitiv. Ganz viele Leute, zum Beispiel, die sagen, das ist nicht logisch. Weil es ja wirklich gibt, man denkt, dass eine Sache nicht selbstverständlich ist, dass es nicht intuitiv ist. Weil sie gehen einfach davon aus, wie sie denken. So sind sie gewinnt zu denken, also ist das richtig. Also denkt alle Menschen so. Wenn sie sagen, das ist nicht logisch, dann denken sie ganz gerne, dass es nicht selbstverständlich und nicht intuitiv ist. Logik ist, wenn sie ein bisschen beherrscht, selbstverständlich ist, aber es ist definitiv nicht intuitiv. Das heißt, passt hier auf eine Sache, kann intuitiv gehen, wenn sie ein bisschen verstanden hat. Aber dann, wenn sie ein bisschen intuitiv ist, lässt es Sinn auf der Seite. Guckt einfach nicht auf die Form, das ist ganz wichtig. So, und dann Beispiel 4. Die Äquivalenz A Äquivoat B. Die geset ihr zwei Mäschlichkeiten. Mit dem Gesetz von der Äquivalenz kann A Äquivoat B dasselbe gehen wie A Amplik B, E B Amplik A. Das ist dann B-Implikation. Oder, die könnt ihr auch noch da hinten schreiben, A an B oder nicht A an nicht B. Wenn da nur gucken geht. A B, auf der einen Seite, nicht A an nicht B. Auf der anderen Seite, das hat das schon bei der Mäthode selber. Das ist eben genau das von der Äquivalenz, wo die stimmt. Dann hast du entweder den A B oder der Danach, davon die Sachen drin. Da hängt alle sich durch zusammen. Das ist logisch. So, für nur simpel zu machen. Also noch eine kleine Logik. Was die machen? Sie holen Propositionen. Was sie holen? Die Logik gehören. Das ist eine überwende Proposition. Was die machen können, dass die verwandelte, die entweder Zeichen oder Negationen, die drauf sind, an eine Sache. Und wenn die eine Implikation hat mitgebracht, eine Konjunktion zum Beispiel, geht. Wenn man eine Zeile hat die Nähe, dass man eine Zeile macht mit Negationen blockiert, dann ist kein Problem. Das ist logisch. Und dann hat man eine andere Zeile gemacht mit dem Inhalt aus dem Selbstständen. Wenn man einen Inhalt wählt, dann benutzt man die Regel der Deduksion. Die sind meines Erachtens noch nicht einfach. Das ist wichtig, dass man zwei Zeilen nicht kombiniert für einen neuen Inhalt zu produzieren. Wenn man zum Beispiel eine Zeile hat, wo es steht, dass es reint. Und wenn man eine Zeile sagt, wo es reint, dann bleibe ich daheim. Wenn man die zwei Sachen nicht kombiniert, wenn es reint an, wenn es reint, dann bleibe ich daheim. Klar. Ich bleibe daheim. Das ist eine Konklusion. Das ist ein Modus Ponens. Und du hast etwas Neues. Eine neue Information. Oder für eine andere Logik auszudrücken. Wenn da steht P, und wenn man zweite Zeile steht P und Q, dann kannst du die Kuh austaubern. Mit dem Kuh kannst du neue Sachen verwenden. Aber, voilà, dann wird es. Das heißt, wenn du prüfen hast, was du machen musst, dass du gehst. Da hinten guckst du ein Exerciß an. Und dann guckst du erst die Gesetze an die du. Und dann guckst du die Regel der Deduksion an die du. Und dann guckst du einfach, warte, 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 warte. Und. Aber das ist nicht echt froh. Wie lehren ist das? Wenn du die Logik an die Regel der Deduksion nicht kennst, dann hast du keine Chance. Das ist echt, was du macht, als die sitzt dich daheim. Die holt dich Blatt. Und die schreift die Logik daheim. Dann geben. Und du lässt eine Kolonne frei, wo die Resultate schreift. Und die übt das, bis das alle gut sitzen. Wenn du das gemacht hast, dann guckst du daheim. Dann schreift die Logik daheim und das Resultate an die Probeete entlang abzufangen. Und das wird ganz viele nicht verhallen oder nicht direkt mitgekommen. Dass die Logik in eine beide Richtungen gehen. Das heißt, wenn ich eine Sache in die andere Richtung kann verändern, geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich zum Beispiel so ein Trailer an den Deduksion, dann kann ich das auch nicht formulieren. im Formulieren, ich kann mir die Implikationen jeder raus machen und es ist falsch das, wenn die Tränen, die sich dann nicht daheim sind. Klingt furchtbar schwer, falls ich mich geht in der Beitrichtung. Und es fällt mir simpel zu machen, P oder Q sind zu Paris oder im Kartag, den Satz, wenn ich immer länger Implikationen formulieren will, geht doch, P oder Q, durch das Gesetz von Implikationen geht, nicht P, also Q, also nicht P impliziert Q. Das heißt, es sind entweder zu Paris oder im Kartag, als dasselbe, wenn ich es soll, wenn ich nicht zu Paris sehe, sind ich auch im Kartag. Das ist genau dasselbe vom Inhalt hier, das ist die Form aus dem Ebenen. Du musst dann wissen, was ihr machen könnt. Und dann kommt ein Trägel der Deduksion, das ist natürlich für mich einfach, fand ich mal, weil wenn ihr bis verstanden habt, wie ihr Zeilen rundherum könnt, umbauen, dann versteht ihr sich quasi vom Selben. Dafür, wenn ihr Leute beläht, holt mit all den Regeln drauf, ich kann es einfach schnell, mehr oder weniger schnell durch. Der erste Gesetz, also, ich fang ihn nur mit der Rätselkollern, die Logik, weil ich meine, das ist mir wichtig, dass der Muffang zu verstehen, wie eben die eine. Die erste Logik, die du dir tun hat, ist eine Deduksion, die es wichtig verhältst hat, und schreibe dich keine Deduksion und probiere doch von der Deduksis machen, die mir das dann gesagt hat, wenn Deduksion kriegt, schreibe dich einfach mal gar nicht dorthin, dann gewinne dich da einfach drunter, das Ballast, brauch man nicht mehr schreiben, dann will nicht dorthin, weg damit. Deduksion, wenn ich P und das heißt, wenn ich nicht nicht P hat. Das heißt, wenn ich eine große Zahl von Negationen und zwei Negationen, vier, acht, sechs, zehn, vier, sechs, egal, die schreibe dich nicht da hin. Das ist immer das heißt, P als das heißt, wenn ich nicht nicht P. Wenn ich nicht P haben, kriege ich P, wenn ich P, kriege ich nicht nicht P, komplett egal. Könnte an der Praxis nie führen. Außer an Absnahmesfall, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals ist, wenn ich so viel komme, dass ich ein bisschen Deduksion hinzuschreibe, hat ein bisschen können, muss ich nicht schon noch nie gesehen und gemacht. Mehr, verhalte ich es, geht es. Ich muss sowieso noch keiner von der Methode sagen. Weil ich ein zweites Gesetz, das ist Kommutativität. Kommutare. Du hast ein paar zwei Termen, die man nicht austauschen kann, die sieht, A und B können umdrehen, B und A, kein Problem. A und B können umdrehen, B und A, kein Problem. A und B können umdrehen, B und A, kein Problem. Das wird dann nicht einfach so umdrehen aus der Implikation. Wenn ich A umdrehen habe, habe ich eine Kondition und ein Resultat. Das heißt A umdrehen, wenn ich statt umdrehen und B umdrehen habe, das wäre falsch. Wenn ich euch ein Beispiel gebe, zum Beispiel, wenn ich nicht rehen bleibe, wenn ich statt einfach umdrehen und ich soeine, wenn ich nicht rehen bleibe, das geht nicht, das ist logisch. Ich kann meine Implikation umdrehen. Das hat man ja schon vielleicht gesehen, wenn ich in diesem Video geguckt habe, zum Juhm. Die hat ja eine Kontraposition gemacht, dabei sind zwei Argumente mit Kontrapositionen, und hat man das umdrehen. A an Blick B geht B an Blick A mit das. Wie gesagt, nicht Kommutativität. Das Kontraposition hat immer geschwunden. So, und dann hat da das dritte Gesetz, das Gesetz von der Assoziativität, wenn da A, U, B, U, C. Gut, da hatte ich bald Q gesucht. Oder A, E, B, E, C. Das heißt dieselbischen Operatoren, das sind die Klammern, weil die Klammern, die könnt ihr verschieben wie der Welt. Das andere neigt im Sinne von ihrem Satz. Das ist ein ähnliches Exerciß an ihrem Buch, wo die Assoziativität, also soweit ich mich erinnern, wo die Assoziativität wichtig ist, in dessen Exerciß PSE, also bei der Intro nach, an du könnt das vier, weil es vier kommen kann. Ich muss sich daran erinnern, das wird man sehen von einer Gesetze, die quasi nie, wirklich quasi nie, also es kann mal vier kommen, das, ganz rar, wenn man gesagt hat, es ist 100 oder 200 einmal, muss benutzt gehen. Dafür verhältlich ist, dass es das gibt, das ist auch nicht so kompliziert, aber wenn du nicht wirst, wer ein Gesetz hat das aufwenden, das nicht priorität wird. Also wieso das eine Zahl hat, wo der zweimal die solchen Operator direkt an der Nehnen hat, bei der das schon relativ lustig hat, dass ich da müsste schon mich in der Sitz. Nur eine Assoziativität jeizt. So, dann hat er Distributivität, die hat es natürlich schon ein bisschen mehr kompliziert, wenn du guckst, die hat sechs verschiedene Beispiele, und bei den vier echten Beispiele, du gehst am Anfang ganz einfach die Switch gemacht, die hat einen Buchstab, einen Operateur, und dann eine Klammer mit einem anderen Operateur dran. Du gehst einfach die Switch gemacht, wenn die Klammer an ist, wenn die Klammer vier ist, nicht mehr geht die Switch gemacht, mit dem Operateur, die in einer Klammer hat, die geht dann noch nach geändert. Hol mal ein Beispiel, im ersten Fall, ich gehe nach Paris an, also ich meine zwei Vakanz, ich gehe nach Paris an, Klammer, entweder an der Québec oder auf Rotterdam. Was sieht das mal aus? Das heißt, ich gehe nach Paris an, an der Québec, oder ich gehe nach Paris an, auf Rotterdam. Das heißt, das heißt, der Zähne, den Operateur, den anderen Klammer, der geht rausgeholt, den Operateur, die weiß, weil die könnt an Klammern, verhält ich einfach so. Buchstaben, die gehen am Anfang durchzahlt und durchdistribuiert, und da können eben das dabei raus. Mal, wenn alle guckt, also ich gehe noch nicht, für alle Dinge, für alle Fallbeispiele gehen, es gibt genug Fälle, es gibt genug Beispiele an mir, ich will auch nicht, dass das Video heute drei Stunden dauert, der Krupp da bestimmt noch von ihrem Prof ausgedehlt hat, ich gucke die Sache mal an, dass wir da verhälen sollen bei der Distributivität, verhäle ich auch einfach so, von Klammer handen aus, einer Zeichen, nicht, von Klammer vier aus, einer Zeichen. Wenn alle guckt, Fall 5 oder 6, du gesehen da, P an Q impliziert R oder P oder Q impliziert R, die Konjonktion beim Fall 5, die geht umgewandelt an eine Disjonktion. P an Q implizieren R, heißt das die P an der Q gleichzeitig R als Resultat tun, du verschreibst das dann an, P impliziert R oder Q impliziert R, von den zwei gleichzeitig Konditionen sind, für das wir R kriegen, dann ist entweder der lehnt, den Ausleiser oder der lehnt. Wenn ich euch zum Beispiel so ein, wenn es schneit, aber wenn es rehnt, da bleib nicht daheim, das heißt, wenn es schneit, bleib nicht daheim, oder wenn es rehnt, bleib nicht daheim. Das heißt, das Schnee und Rehn, das sind Konditionen, für das du heim geeft bleiben, das heißt, das ehrt, feiert dazu, dass du heim bleib, oder das ehrt, dass du heim bleib. Jetzt habe ich den nächste Fall, wenn ein junges, oder, wenn es nutzt, dann gehe die Party machen. Maja, das heißt, da gibt es P und Q im Blick R, das geht dann P im Blick R und Q im Blick R. Das heißt, ein anderer wird da, wenn ein junges, oder wenn es nutzt, dann möchte ich Party. Das heißt, wenn ein junges, dann möchte ich Party. Und, wenn er nutzt, dann möchte ich noch Party. Das heißt, das sind zwölf verschiedene Faktoren, entweder der P fährt zum R oder der Q fährt zum R. Das heißt, dass der P zum R fährt, aber das heißt auch, dass der Q zum R fährt. Das heißt, das ist ein bisschen schwer, zu nutzen, aber verhalte ich einfach, wenn es nicht versteht, wenn es nicht versteht, wenn es nicht versteht, da gibt es eine andere Klammer, als von den Konjunktionen, das gibt es eine Dichunktion, von den Dichunktionen, das gibt es eine Konjunktion. Das heißt, das ist wirklich ein saueres Verhalten. Ich kenne ganz viele Leute, die krampische Nummer tun, ich habe es ewig, geht auch immer krampische Nummer mehr verhalte. Also, Klammer 4, Änderung, Klammer 1, keine Ahnung. Das heißt, das ist eine Distributivität, da kommt man bei dem Gesetz von De Morgan. Der Gesetz von De Morgan, das erlaubt man eine Konjunktion an eine Dichunktion zu verwandeln oder im Dichunktion an eine Konjunktion zu verwandeln oder wenn ich eine Zeile habe an eine Dichunktion dran, die nähert, also ich will die Last gehen, kein Problem, ich kann die Negation fortkriegen. Also, ich will, ja, genau, Negation fortkriegen. Das heißt, ein anderer Vier, der wird geschieht, wenn ich P und Q habe, dann geht mein Resultat nicht P oder nicht Q und das ganz geht nicht hin. Wenn ich nicht P und nicht Q habe, dann geht das ganz P und Q und das ganz nicht hin. Dafür denkt, die hat schon eine neue Negation bei einem Zeilen, das gibt dann Döbel Negationen. Wenn er noch keine Negation hat, kommt er dabei, wenn er schon hat, dann geht der Döbel, die verschwanden daneben. Das heißt, z.B. geht geändert und kommen drei Negationen drauf und da passt auch auf Döbel Negationen. Mit anderen zum Beispiel etwas, wo du schnell von Konjunktion auf Dichunktion hinflegen, respektive eine Dichunktion oder eine Konjunktion, die näher das befreuen von ihrer Negation von der Welt. Und dann haben wir das Gesetz, das wird schon bei der Kommutativität erwähnt Kontrapositionen. Da passt doch Kontrapositionen. Das ist nicht der Zeil, konträr. Wenn ich P am Blick Q hole, wenn er dreht, da bleibe ich daheim. Also wenn ich die P-Fier hole und ich will eine Hand nehmen oder die Kuh-Hannen hole und ich will die Fier hin, da kann ich gerne machen. Ich muss hier doch passen, da kommen Negationen drauf. Und wenn da schon drauf sind, double Negationen, eben noch passen. Also wenn er dreht, bleibe ich daheim. Das ist ja ganz klar, das Kontraposition. Wenn ich nicht daheim sind, dann kann ich auch noch drehen. P am Blick Q, also Zeil, das heißt, non Q am Blick non P. Kein Thema. So, und dann hat das Gesetz von der Implikation nicht erlaubt, dich eine Implikation zu verwandeln an eine Konjunktion oder eine Konjunktion zu verwandeln an eine Implikation. Das Einzige, was geschieht, ist, dass, bei der Zerche wird gerne ein Operateur, an den echten Termen geht nicht. P am Blick Q geht also non P und Q. Wenn er dreht, bleibe ich daheim. Also das heißt, ich würde sagen, entweder dreht nicht oder ich bin daheim. Aber wenn er das selbe macht, machen wir dann eine Konjunktion und dann hat das Gesetz von der Implikation nicht erlaubt. Das funktioniert genau das selbe. Der Operateur geht gerne an. Erstaunlicherweise Negation, erstaunlicherweise nicht, erstaunlicherweise nicht, erstaunlicherweise Negation, die können nicht viel hin, wir können einen Hörner hin und können auch das Ganze. Das heißt, wenn er ein bisschen Struktur vom Demorgan hat. Bei dem Demorgan hat alles nicht erlaubt. Das heißt, P implik Q geht ein Feder non P au Q oder das geht P e non Q das ganz niegert. Das heißt, trainingen ein bisschen verdelt, das heißt, aber wir können es nicht mehr aber das heißt, das heißt, das heißt, der Äquivalenz ist, das heißt, von der Äquivalenz direkt, das heißt, immer bei der Lore-Logik von der Äquivalenz. Mein Äquivalenz P équivoit Q kann ich zwei Arten ausschreiben entweder P implik Q und Q implik P das heißt, die zwei Implikationen von der Bi-Implikation oder P e Q oder non P und non Q das ist ja das, was wir bei der Methode des Arbors schon hatten. Das heißt, an einem Revier da, beides geht und passt halt ganz gut ab, das ist simpel. Wenn ein Äquivalenz wird, für ein Revier zu sprechen, in die andere Richtung, das war viel mehr schwerer, als das, wenn du musst, ob die Äquivalenz der Revier sprangen, halb so gesagt, die in folgenden Buchstaben nicht mehr denkt, und das geht der B-Richtung. Dann hat er noch das nächste Gesetz der Exportation. Die Exportation, die wirklich, das ist ein bisschen kompliziert, die auch nicht unbedingt die Gesetze, bis nach Distributivität ist aber kein. Wenn da eine Exportation hat, P implik Q implik R Das ist das selbe, wenn du so P-E-Q implik R P impliziert. Also, wenn ich P haben, dann. Wenn ich Q haben, dann krieg ich R. Das heißt, wenn ich P haben, dann krieg ich wenn ich Q haben, R, P am Q, dann R. das erlaubt mal, am Fong, du Zeilen ein bisschen umzuschreiben. Die Exportation, die könnte mal vier kommen, wenn da zum Beispiel eine Zeile hat. Normalerweise können wir hier nur Syllogismenhypothetik draufklagen, wenn dann die eine Richtung geht. Aber es ist nicht so reich. Also, verwieselst du nicht mit der Distributivität an den Gedanken, dass es so geht. Und dann wird er noch das lässt gesetzt Tautologie. Tautologie aus dem Fong, wenn da eine Konjunktion hat oder eine Disjunktion. Das geht nicht mit der Implikation, das geht nicht mit der Äquivalenz. Eine Tautologie das ist, wenn ich A am A holen oder A oder A. Das zweimal das selbe ist. Das ist A. Erdrehend, an Erdrehend ist das selbe wie Erdrehend. Oder wenn ich so ein zum Beispiel Erdrehend oder Erdrehend das selbe wie Erdrehend. Das heißt, du kannst einen Zeilen kurz gehen. Das heißt, das ist nicht ganz einfach so praktisch, vielleicht noch wie sie bei den Mengen oder anderen Exercissen. Das war eine logische und wir kommen bei der Regel der Deduksion. Die Regel der Deduksion, weil es normalerweise kombiniert die verschiedenen Zeilen mit den neuen Zeilen aus der Zeilen. Wenn du siehst, bei der Regel der Deduksion geht direkt mit dem Modus Ponens und dem Modus Tollens. Mit dem Modus Ponens ob du denkst, du krieg zwei Zeilen und dich dich schon an ihrem Exerciss egal, auf einer Reihenfolge die musst du erkennen, aber wenn die durchstehen hat, die hat eine Implikation. P im Blick Q ist durchstehen, und bis mir weit steht, dass der P stimmt. Wann der P stimmt, da kriegt der Q an der P stimmt, also mit dem Modus Ponens könnt ihr da raus schlussfolgen, dass der Q stimmt. Im gedrehen den Modus Tollens sieht dich, P im Blick Q oder drinnen kriegt der Wrochner egal, ist wo verdeelt, kriegt der nicht Q. Kann natürlich auch Sinn der sagen, wenn du P im Blick nur Q an der kriegt der Q. Egal, das wird wichtiger, dass die hohe den Implikation, die wissen, dass das nach dem Term falsch ist. Da könnte das so sein, dass es den echten Term auch falsch muss sein. Wann er drehen, bleibe nicht daheim. Wann ist Sinn nicht daheim, weil er kann doch nicht rehen. Wenn du eine Implikation für den echten Term stimmt, mein der Modus Ponens für den zweiten Term zu beweisen, wenn da eine Implikation hat für den zweiten Term falsch ist, dann mein der Modus Tollens für den echten Term auch zu näheren. Und wenn du nicht wisst, an der Prüfung aus dem Ponens ist ein Tollens, verheil ich einfach so. Echten Term, echte Buchstabe, der P kann der Amalphabet für den T, der zweiten Term, der zweite Buchstabe, der T kann der Amalphabet handelt, den P, wenn man echte Buchstabe schafft aus der Ponens, wenn man zweite Buchstabe aus dem Tollens. So, dann hat er die zwei Syllogismen durch, ganz einfachen Trick, Syllogismen disjonktiv von einer Disjonktion hat und der Syllogismenhypothetik von einer Käng Disjonktion hat. Das Syllogismen disjonktiv, ihr seht, zum Beispiel, die kriegt P oder Q, also eine Disjonktion, entweder der Dehn oder der Dehn, ihr wisst, dass das Dehn eh falsch ist. Aber, wie das P oder Q hat, und der Q ist falsch zum Beispiel, da muss der P stimmen, da könnte der Reiserschuss falsch sein, ihr wisst, dass der Satz P oder Q stimmt. Wann der P oder Q nicht, er tut, stand vor sich nicht. Wir wandern zum Beispiel so, ich gehe in Paris oder an den Québec. Und der geht nicht an den Québec. Der Satz, ich gehe in Paris oder an den Québec, stimmt. Die waren nicht an den Québec, also muss er an den Québec gegangen sein. Oder umgedreht, wenn er nicht an den Québec gegangen ist, muss er an den Québec gegangen sein. Mit Syllogismen disjonktiv, den lebt man, wenn ich eine Disjonktion, wo ich weiß, dass das nicht falsch ist, er lebt man zu sagen, dass es den anderen richtig ist. Und der Syllogismenhypothetik, wenn er den lebt, die klappt mit zwei Implikationen. Dafür passt doch immer auf, bei den Exerzissen, dass es nicht nur ein kleines, wenn er Disjonktionen hat, an Implikationen, wenn er alle Implikationen dann auch mit dem Gesetz von Implikationen an Disjonktionen umzuwandeln, aber wenn er die Disjonktionen umwandeln, an den Implikationen, an den ganzen Rätten von Implikationen, dann könnt ihr euch sehr problematisch kombinieren. Zum Beispiel, mit der Syllogismenhypothetik, wenn eine erste Sache ein zweit impliziert, und die zweite Sache impliziert ein dritt, dann könnt ihr sehen, dass die erste Sache die dritte impliziert. Zum Beispiel, wenn er dreht, bleib nicht daheim, erste Prämisse, zweit Prämisse, wenn er daheim sind, lesen wir ein Buch. Also, wenn er dreht, lesen wir ein Buch. Syllogismenhypothetik, so ein Wort. Auch wenn ich nicht einmal direkt gesagt habe. Und denkt drunter, dass diese Sisson dann leicht mehr schwer, vielleicht muss ich noch eine Kontraposition machen. Wenn der P im Plik Q hat, und an der Zahl drinnen steht noch R im Plik, noch Q, dann muss er doch vielleicht eine Kontraposition machen, dann könnt ihr eine Syllogismenhypothetik machen. Jetzt sind noch kleine Teile, da könnt ihr euch üben. Dann, ehe allerlieblingsten Regel der Deduktion von der Welt, Simplifikation. Wann der P, E, Q oder irgendein etwas an, irgendein etwas anderes, Konjonktion stimmt nicht mehr, wenn die zwei Therme linkser Rät stimmen. Also könnt ihr es simplifieren. Der Text für P, E, Q stimmt. Okay. Also weiß ich, dass der P stimmt, und ich weiß, dass der Q stimmt. Die Konjonktion erlaubt man, Zeilen erst hinzubrechen, und dann bin ich gewonnen. Im Gedrehen, wenn ich weiß, dass der P stimmt, und wenn ich weiß, dass der Q stimmt, kann ich eine Konjonktion davon machen. Der Text ist nur am Anfang, egal, ob ich nur ein Buch davon oder ein riesen Zeilen mit einer Kulade, mit einer Kulade, oder was auch immer. Wenn ich eine Zeile haben, die stimmt, eine Proposition Komplex, die stimmt, und eine andere Proposition, Elementär oder Komplex, egal, die auch stimmt, kann ich zusammen sitzen. Mit dem Gesetz von der Konjonktion, wenn sie beide stimmen. Wenn ich eine Einung habe, kann ich nicht irgendeine Beide zaubern. Mit der Konjonktion, das geht nicht. Dafür mit dem Gesetz von der Audition, das ist das Nächste. Das möchte ich Leute ein bisschen durchführen, weil diese Konjonktion stimmt, wenn E von beiden Termen, die links oder rechts um UC, und wenn das stimmt, dann stimmt die ganze Zeit. Das heißt, egal, ob die andere stimmt oder nicht. Das heißt, wenn ich nur zum Beispiel so ein Tränen, das stimmt. Auch wenn du technisch gesehen, du gerade nicht umgegangen was zu reden, wir holen das einfach als Beispiel. Wenn es sollte stimmen, das Tränen, dann stimmt mein Satz Tränen. Da stimmt mein Satz Tränen, oder ich gehe gerade von Aliens gekannt, auch. Da kann ich anfangen bei Tränen oder dabei klagen, was ich will, mein Satz Tränen oder was da immer stimmt, weil es stimmt, dass es dränen. Das ist echt. Mein Disjonktion ist richtig, weil mindestens ich für beiden Termen richtig ist. Egal, ob du den zweiten Term oder komplett kurz bist, oder nicht. Und ganz oft vergessen, ich will, dass das geht, weil ich denke, die auch nicht unbedingt rund, guck, wenn ich zum Beispiel so ein UC-Philos-Proff. Das hängt normal auch so, wenn ich so ein UC-Philos-Proff oder ich gehe von Aliens fort, das bringt mich normalerweise nicht so. und ich sage das genauso richtig, aber ich bringe mich an Aliens vielleicht einen Mann ab, weil es bringt nichts an Aliens. Oder ich bin leider ein bisschen konfus oder so. Aber du hast es. ein Witz. Es sind zwei Logik-Proffen, die immer nicht diskutieren oder größer bekannt, die treffen sich, und dann sieht den einen zum anderen nur, ja, feist der Söhne schon her, du wirst abgehen, und sagt, ja, 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 Freit den Eichnern, ja, wenn es da gehen, ein Jung oder ein Mädchen, und ein von den zweiten, ja. Absolut nicht witzig mehr. Wenn der lehrt, hat der vielleicht ein komisches und für den Morgen, ich weiß es nicht, wir haben den Ball voll verstanden. Die hat zwei Mädchen, ein Jung oder ein Mädchen, die eine Diskussion, welche Mädchen nicht geht, los mal, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, dass es ein Jung oder ein Mädchen, P oder Q, muss ich für beide sind, und du wirst den anderen ja, weil die Dyschonktion stimmt. Also ein Jung oder ein Mädchen, dann wird das klar, richtig. Das ist ein Jung oder ein Mädchen. Fertig. Gut, der Witz ist allerdings nicht wichtig, aber wenn ihr es erklärt, sind das Nachmittlerwitz, dafür, ihr habt noch mehr penibel gehabt, weiter im Text. Bleibt dann vom Schuss nach Einensicht gesetzt, die Äquivalenz direkt, wenn ich P Äquivoa Q haben, wenn sie selbst werden, und ich weiß, dass E von beiden stimmt, zum Beispiel, dass der P stimmt, bei dem Moment muss der Q auch stimmen, selbst, wenn ich P Äquivoa Q haben, und ich weiß, dass das nicht falsch ist, dann muss die anderen auch falsch sein, weil ich nicht kann nicht richtig sehen, wenn die anderen falsch ist. Das hätte ich ja kein Äquivalenz durch den zwei. Und nur darum fängt an die Licht von den Lore-Logiken an von den Regeln der Deduksion. Was ganz, ganz viele Leute am Anfang, wenn sie das auch so lehren, falsch machen, als dass sie es nicht lehren, dass sie es kommen los sind, und sich nicht genug Zeit holen, für es proper zu machen. Also ich empfehle euch, lehrt, setz dich dahin, für dich richtig lehren. Lehrt für dich eher Instrumente, wenn ihr nicht wisst, wie ihr es schaffen könnt, könnt ihr nicht schaffen. Der vierte ist ganz wichtig, die Lore-Logiken, probiert es zu verstehen, denkt rund die Geneerbeitrichtungen, Trägle der Deduksion, wenn ihr eine Lore-Logike kennt, da geht die Trägle der Deduksion viel mehr einfach, aber lehrt sie, und dann geht es rund den Exerzissen. Für das wird dann für die kleinen Intros an die Welt von den Proven, und in der nächsten Video gehen wir dann den Provensamler an ihr Geschwister an. Ich hoffe, wenn ihr euch habt es gebraucht, wenn ihr frohen habt oder kommentieren, dann schreibt mir podcast.lc.nu Anders wünsche ich bis ganz geschwün.